Der Schermbeck-Podcast. Die Woche. Präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Die Abiturprüfungen in NRW konnten nicht wie geplant am Mittwoch, den 19. April, durchgeführt werden. Beim Download der Abituraufgaben kam es zu massiven technischen Störungen, sodass die schriftliche Abiturprüfung auf Freitag verschoben worden ist. Wie das Landesamt für Umwelt und Naturschutz mitteilt, hat sich ein männlicher Wolf im Dämmerwald und der Üftermark niedergelassen. Erstmals identifiziert wurde der Wolf bereits schon am 4. Juli in Schermbeck. Seine Herkunft ist unbekannt. Am vergangenen Wochenende vom 15. April feierten 39 Kinder ihre Erstkommunion in St. Ludgerus. Die Kirchenbänke waren voll besetzt und die beiden Gottesdienste, die in diesem Jahr unter dem Erstkommunion-Motto Gottes Liebe ist wie die Sonne standen, waren wirkliche Feiern für die Kinder und mit den Kindern. Traditionell startet die Weseler Lippe-Fähre Quertreiber zum Osterwochenende in die neue Saison. Doch leider wurde daraus in diesem Jahr nichts. Durch den hohen Pegelstand der Lippe konnte die Sicherheit nicht gewährleistet werden. Da sich die Hochwassersituation beruhigt hat, wurde die Fähre am Wochenende durch das technische Hilfswerk Wesel wieder freigegeben. Die Lippe-Fähre kann in jedem Jahr mindestens vom 15. April bis zum 14. Oktober während der hellen Tagesstunden und bei guter Sicht benutzt werden. Der Löschzug Galen feiert Einweihung. Die Um- und Neubaumaßnahmen am Gerätehaus konnten zwar schon 2021 abgeschlossen werden, eine Einweihungsfeier konnte aufgrund der Corona-Pandemie bisher jedoch noch nicht stattfinden. Nun wird die Einweihung nachgeholt am 1. Mai ab 10.30 Uhr. Der Schermbeck-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017